Was schloss? Ja, richtig toll! Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns! Heute ist es soweit. Heute geht es ins Disneyland für uns. Wir sind gestern angekommen, haben gestern ein bisschen uns Paris noch angeguckt. Aber heute geht es richtig los. Heute geht es endlich ins Disneyland. Wo wollen wir hin? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Und wer ist da noch? Daddy. Mhm. McDonald's. Mhm. Kofi. Mhm. Ich war selber noch nie in Disneyland. Ich freue mich auch einfach richtig doll. Ich wollte selber als Kind da halt schon immer hin. Und jetzt kann ich das mit meiner eigenen Tochter erleben. Ich freue mich richtig doll. Janne kommt jetzt. Und hat meinen Föhn mit dabei. Ich höre ihn jetzt haben. Und dann gehen wir was essen. Und dann gehen wir auch schon durch. Die Hand. Ja, komm her. Wo fahren wir hin? Hä? Hast du mich ausgetrickst? Das ist Mia. Siehst du das? Siehst du das, Schatzi? Ja. Ja, wir sind da. Oh mein Gott. Oh, ist das so. Ich höre, ich gehe jetzt auch ein Kindheitsraub in Erfüllung. Ja, wir sind jetzt angekommen. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich weiß gar nicht wer für mich sie mehr freut. Mir oder wir. Oh, los geht's. Hallo, stehst du mal auf? Hallo? Was machst du? Machst du Pause? Ja. Komm, wir wollen da jetzt rein, Mucki. So, wir haben uns jetzt erstmal alle Ohren gegönnt hier. Guck dich mal weg. Sieht, wie die aussieht. Oh, toll. Komm, komm mal auf. Hä? Wir sind jetzt drin. Es sieht so krass aus. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist einfach so wunderschön hier. Einfach ein Traum. Ehrlich, man ist hier komplett überfordert. Schaut mal, das Schloss. Ja, richtig toll. Aber es ist echt richtig. Es ist ein Traum hier einfach. Wirklich, es lohnt sich so hierher zu fahren. Wir sind noch nicht mal richtig angekommen. Ja, nee. Gerade ist drin und sind schon erstaunt einfach. Wie schön das hier ist. Siehst du? Mini Maus. Hallo! Hallo! Hey! Hallo! Wicke mal! Wicke, wicke! Wir sind jetzt hier in einem Teil des Parks. Also die erste Parade war schon mal richtig krass. Das war so toll. Mit dem Aussatz hat der Mia gewonnen. Er hat mich so gefreut. Ich habe sogar ein Gänsehaut bekommen, weil das so schön war. Ich habe schon wieder fast geheult. Allein deswegen hat sich das schön gelohnt. Das war so toll. Mia hat gewonnen, genau. Ja, da hat Minimaus gewonnen, oder? Richtig toll. Erzähl mal. Ein Minimaus. Ja, wie fandest du es? Da hast du dich gefreut, oder? Ja, und wie fandest du es? Ja, und jetzt wollen wir hier mal durch die Uhr gehen. Der Park ist so riesig. Also ich glaube, an einem Tag schaffen wir es, glaube ich, gar nicht hier durch. Nee, aber wir gucken mal, was wir hier alles so finden. Genau. So, ich mache jetzt kurz Pause. Ich bin auch ganz froh, dass ich mich zwischendurch immer mal hinsetzen kann. Weil das drückt manchmal ganz schön jetzt schon im Bauch. Und Mia und Jan fahren jetzt eine Runde. Sieh! Hi! Wie sieht das? Sieh! Du bist hier oder wo? Ey, mega! Mia, wo müssen wir lang? Okay, wir folgen dir. So süß, ne? Mal so nebenbei, wir haben jetzt endlich verstanden, wofür dieses Armband ist. Das hier. Ja, mega! Es ist genau so wie dieser Fastpass, wofür man echt viel Geld bezahlt pro Person. Und das ist einfach das Gleiche, nur für uns beide zusammen. Mega, oder? Einfach mega. Bis gestern ist verrückt. Ja. Aber wir haben gestern verstanden, viele schöne Sachen. Ja. Ja, siehst du, als wir fehlen. Oh ja, stimmt. Wir fahren hier mit so einem Bötchen. Da oben ist der Rapunzel-Turm. Ganz cool, so miniaturmäßig. Ja. Ist das hier? Ja. Das sind jetzt die letzten Minuten, sag ich mal, hier in dem Park. Wie findest du das? Ja, aber wie findest du es, dass es bald nach Hause geht? Wir stehen hier im Regen. Wir sind schon voll nass. Alle haben hier irgendwelche Regenclips. Keine Ahnung, wie wir die hier haben. Ja. Ja, Hauptsache Mia ist hier safe. Mia haben wir hier eingepackt. Genau. Wir hätten auch Regenschirm gehabt, nur der ist im Auto. Richtig toll. Richtig toll. Aber wir warten jetzt noch diese paar Minuten auf das Feuerwerk. Ja, noch 10 Minuten. 10 Minuten. Dann geht's los. Wir nehmen die Hälfte in Kauf. Genau. Hauptsache wir sehen noch mal das Feuerwerk. Gleich geht's los, ne? Oh ja. Was passiert gleich? Boom, boom. Boom, boom. Ja. Genau. Oh. Ah, ist es auch so? Mal macht die Videos, die Videos. Ne? Ja. Ja. Ich kann mich nicht mehr ausbrechen. Ich bin derjenige, bin ich frei. Ich bin der Fall, es ist der Fall. Ich bin da, als ich sie liebte. Ich bin der Fall. Für mich ist das Herz, So, natürlich haben wir Profis vergessen, das Ende zu filmen, deswegen mache ich das jetzt noch einmal. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wir müssen das natürlich noch ein bisschen üben, aber trotzdem hoffe ich, dass ihr einen Einblick bekommen konntet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und uns auch auf Instagram verfolgt. Alisas MomLive und Janis DadLive für noch mehr aus unserem Alltag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!